Hallo zusammen, ich bin Dennis Fluri, koche im dritten Lehrjahr bei der Durma Caba Schweiz AG. Ich zeige euch heute, was ein Koch den ganzen Tag so macht. Dieser Beruf bereitet mir sehr viel Spass und da ich mich sowieso für Lebensmittel interessiere, habe ich mich für den Koch entschieden. Durch die geregelten Arbeitszeiten in der Durma Caba ist es mir sogar möglich, Leistungssport und Berufe unter einen Hut zu bringen. Darum habe ich mich für Durma Caba entschieden. Als Lehrling wird man hier respektiert und bekommt immer Unterstützung. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir würden uns über eine Bewerbung freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.